hallo meine 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 ich bin da oder sie kommend zu einem video mit der bayern ist die janik und ich bin heute war uns auf die modi auf es darf wir machen ich hab was präger vergessen auszumachen okay macht es und der hat ja ich kann noch pixel spiel auch wieso geht das nicht warte ich weiß nicht wo man der bogen ist ich habe glaube ich fast die gleichen ja und ich habe ein bisschen viel partie die hätte ich gleich ausstellen sollen oder ein paar weniger aber ich bin schon auf video ich glaube ich mache es weiter von den schulen herr wäre angebracht ja weil das ist dann dann ändere ich bisschen das geht dann passt das für mich ich gucke links 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 naja warum ist es irgendwie ein bisschen verbaut also hat ich habe vorhin mir gedacht leider können wir uns jetzt nicht gegenseitig müssen ja aber du kannst du team hellblau nicht team rot ich habe ja ich habe auch wenn ich habe genau geteilt genau passend genau beteiligt ich glaube ich glaube ich habe mich weggenockt okay warte kurz ich guck noch mal auf mein kid ja wohl die feier ist eigentlich deaktiviert ein wildes sturm ist so cool ich hoffe es gefällt euch mal ein paar ein bisschen macht auch Spaß vor allem ich bin mit dem Dark Tea Pack von Dante ich finde das pack mega leit weil ich die goldelbefeier ist und ja und jetzt können wir mal ein bisschen meine Farbe kriegen dunkelrot ich teier die dunkelrot ach dunkelrot was dunkelrot okay die mutter die mutter wir sind team hey sie da ja genau so wie meine rank expert okay ich habe jetzt nicht dann wie ich so hier ist hey Junge der ist schon wieder dieser unknaufs Fabi oder wie heißt ähm der ist alleine ne ne sein mate sein mate hat eierflattern ähm komm mal mit lass mich hol du den anderen ich nehme den hier äh ich bin schon hinter dir saueres Kind ich habe vorhin verjagt egal ich habe das die nächste Folge ändern und denk okay wie geht was ist mit dem los hab ich schon keine Ahnung was jetzt stellst du hier raus er hat halt was über den wo der er hat die witzige Zettel du über den Alex ja ok ich glaube ich bin tot weil ich ja ich habe ein Herz ey ich geh auch da ey ich bin irgendwie mal zugekommen aaaaaaah ich fange nicht zugekommen ich habe mich wo ich dachte ja ja ich vermute ich bin nicht hit auf den hinter uns egal wir können das auf den gehen weil gegen den schaffen wir es nicht alleine das hast du sehr gut erkannt er hat ich glaube ich fast an glaub ich auch ich habe mal sein Mail kann ich mir bitte mal helfen ja Kurt hier hat das Gaps was komm holen wir uns egal wer die gehen jetzt 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 für mich für mich ich kriege ich leider können wir sich nicht fußen oder ja komm bis dahin mit einem warte was ja ich habe gerade keine Was? Was? Was die meinten? Das ist ein Glück! Das tut mir so leid! Danke! Danke! Hey, ich hab's nicht gemacht! Aha, okay! Gigi! Komm! Noch noch! Dann sag ich, drauf geht's und geht! Noch zwei Runden! Noch? Ey komm, wir gewinnen jetzt alle Runden, oder? Ja! Wir gewinnen jetzt schon wieder, der gegen uns spielt! Oh! Ich glaube, Drang hat es geschafft! In der Lobby! Ja! Es wird gekickt! Es wird gekickt! Es wird gekickt! Ich fände die nicht raus! Ja! Der Barsch! Ich kann dich auch nicht blocken! So, neue Runde! So, Leute! Jetzt gewinnen wir die nächste Runde! Ich hab' die nächste Runde auch, oder? Miauuu! Miauuu! opinin! Miauuu! 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 Das soll sie! Das war, das war der nicht! Hätte wirklich nicht... Das war das der... Nein, das war... er hat aber gefragt welche farbe rang 13 hat ja das steht vielleicht ja ich werde ich muss mir den einen ja ich bin doch was junge der hat am anfang übelst du willst der leckt so scheiße alter ja dann kann ich ihn dir bitte wie hat leckt der eineinhalb herzen danke leck moja die mühle ist los ich probiere immer noch jemanden zu finden der mir macht warum brauchst du unbedingt ein intro weil ich einfach mal weil ich einfach mal sehe das auch mal was anderes ist nicht sofort starte finde ich einfach ein bisschen blöd und ich muss immer noch leer zu schneiden leute das tut mir wirklich verdammt leid dass das nicht so gut kann und ich brauche erstmal ein richtiges schneidefreund kann ich mal irgendwie eine Runde kommen wenn man vom teufel spricht ne ja und ja der kommt leute hat erstmal die ich glaube ich bin gekommen und habe und er glaube ich dreimal gegabt habe und das war und ich nicht ich glaube dir auch ein bisschen von dem spiel was war das denn gerade oder was war das denn gerade für ein fein oder was war das denn gerade für ein fein oder ich weiß ich weiß wer gewonnen hat wer gewonnen hat äh ja ich hätte auch totes leben das kot wird shadow erst mal in den chat schreiben wird ich weiß hier 94 genau dann aber wirklich richtig sein so da stoppen so jetzt stoßen wir erstmal an auf den letzten fall ich habe das gefühl dass er so schlecht im spiel von hinten an war ganz okay wenn ihr mehr sehen wird gibt es ein daumen hoch und seinen video erster link das ist ja toll ach das war da ja 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 warum du bist mir in den pfeil gerannt er hätte getroffen der pfeil ich habe ein herz ich hatte ein herz kontakt bis dann tschau 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 tschau